Während der Morgennebel noch über dem Talbohn weilt, ist der jüngste der Ursprung-Burm bereits in den Vorbereitungen zum wohl edelsten Getränk des Zillertals. Einem echten Zillertaler Schnapsel. Holz holen, Feuer machen, umrühren und dann heißt es warten, warten und warten. Währenddessen ist es jetzt für Andreas Zeit geworden, seine vielgeliebten Höhner und Enten aus dem Stall zu lassen, die Andreas mit Hingabe und Leidenschaft züchtet. Musik 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 Langsam erwacht auch das noch verschlafene Tal und gibt die Schönheiten der Natur preis. Während Andreas bereits mit Sohn Martin und Rosi, der Mutter von Manfred, Obst vorbereitet und zu Maische verarbeitet, hat sich in der Brennerei einiges getan. Musik Manfred zumindest ist der Geruch nicht verborgen geblieben. Musik 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 Musik